Drei österreichische Teams sind am vergangenen Wochenende im europäischen Einsatz. Robert Weber tritt aus dem Nationalteam zurück um die Vorbereitung auf den achten Spieltag der HLM-Meisterliga. Das und noch mehr gibt es heute in unserer wöchentlichen Sendung Handball das Magazin. Und wir haben auch sehr prominenten Zuwachs bei uns im Studio. Erstmalig von Westwien, Clemens Möstl, Servus. Hallo. Und auch Jakob Nick von den Feibos, der bereits zum dritten Mal der Platz nimmt und glaube ich den Sessel hin- und auswendig kennt. Servus. Servus, Hallo. Die europäischen Einsätze habe ich eingangs angesprochen. Ihr wart beide unterwegs, beide im Ausland, sehr exotisch, lieber Clemens, auf den Faröer-Inseln. Bevor wir auf Sportliche zu sprechen kommen, wie war die Anreise, wie beeindruckend war vielleicht auch die Insel oben? Also Anreise war sehr interessant. Also zwei Flüge hintereinander, also nicht mal ein Direktflug über Kopenhagen nach den Faröer-Inseln. Der Anflug war sehr spannend, weil sehr viel Wind ging und man hat es halt schon im Flugzeug gemerkt. Und dort, die Landschaft ist halt unglaublich. Es sind nur Gestein, Berge mit Gras drauf, fast keine Bäume. Bäume gibt es wirklich nur in der Zivilisation, sag ich jetzt mal, also dort, wo Städte unter Anführungszeichen sind. Man hat halt wirklich nur diese kleinen Orte. Also die meistbewohnte Stadt hat 20.000 Einwohner, glaube ich. Und das war es auch dann. Und dann brauchst du halt mindestens 40 Minuten bis zum nächsten Ort. Und ja, wunderschöne Landschaft, extrem viele Tiere auch gesehen und ja, wunderschön. Abseits des sportlichen Jakob hat Pireus was zu bieten. Ich glaube, als Österreicher verbindet man Wein, Feta-Käse und andere Geschichten. Oder was ist in Pireus vorherrschend? Ja, genau, circa. Nein, aber auch dort die Landschaft ist cool. Es war natürlich wärmer. Wir hatten ein Hotel am Meer. Das war sehr cool. War noch im Meer. Es ist dort noch warm. Auch das Wasser. Also ja, ich glaube, das ist das Feeling einfach. Urlaub, Sonne. Ja, das macht's aus. Sehr gut. Dann kommen wir auf das sportliche auch zu sprechen, was natürlich im Vordergrund unserer Sendung steht. Ihr habt euch darauf geeinigt, beide Spiele auswärts zu bestreiten aufgrund der hohen Reisekosten. Das hat man sich dann mit dem Club VIF geteilt. Ihr habt das erste Spiel gewonnen, das zweite verloren, am Ende mit 59 zu 56, glaube ich, insgesamt gewonnen. Wie würdest du die Leistungen bewerten und unterm Strich, wie weit kann man kommen in diesem Wettbewerb? Ja, also ich würde sagen, vor allem im ersten Spiel war die Leistung echt in Ordnung. Wir haben sich natürlich wahrscheinlich mit unserer, sag ich jetzt mal, außergewöhnlicheren Deckung überrascht, weil einfach nicht viele Mannschaften gegen diese Deckung spielen oder überhaupt diese Deckung kennen, sag ich jetzt mal. Und das war unser Vorteil. Also im ersten Spiel hat man richtig gesehen, sie haben keine Ahnung gehabt, was sie machen müssen. Wir haben nur 22 Tore bekommen, das spricht eigentlich Bände. Und im zweiten Spiel hat man dann gemerkt, sie haben sich besser darauf eingestellt, haben gewusst, was sie dagegen machen müssen. Dann haben wir uns auch schwerer getan, hatten vielleicht ein bisschen im Hinterkopf dieses Plus-Sieben vom Hinspiel. Und dann nahm das ein bisschen seinen Lauf und schlussendlich haben wir es geschafft und sind überglücklich. Ihr habt noch eine Partie für euch, lieber Jakob. Das Hinspiel war ein bisschen ernüchternd aufgrund einer etwas negativ verlaufenen Schlussphase. 30 zu 21, was ist in der Holgasse am Wochenende noch möglich? Gegen die Mannschaft wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Die waren letztes Jahr im Finale, sind, ich glaube, im 7-Meter-Schießen ausgeschieden. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer, aber vor unseren Fans, wenn wir hinten sind vor allem, sind wir am stärksten, glaube ich. Das ist das, was mir auf jeden Fall Hoffnung gibt. Ja, das Spiel war mit einer vierminütigen, sehr, sehr schlechten Phase, haben wir das Spiel aus der Hand gegeben. Wir waren minus eins und dann in vier Minuten haben wir, ich glaube, einen 6-0-Lauf kassiert. Bis zur 47. Minute haben wir voll mitgespielt. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und das freut mich. Und das zeigt, wie stark wir dieses Jahr auch sein können. Also die Fibers haben dann im Rückspiel in der Holgasse noch die Möglichkeit, das Ergebnis gerade zu biegen. Die Kremser waren übrigens auch im Einsatz zu Hause gegen Wollendamm, setzen sich im Hinspiel mit 29 zu 26 durch. Vielleicht ein kurzes Statement auch zu den Kremsern. Und Krems, wie siehst du deren Leistungen in der HLA und wie konkurrenzfähig sind sie, glaubst du, auch auf dieser europäischen Plattform? Ja, also Krems darf man nie unterschätzen. Krems kann immer Leistung bringen und spielt immer guten, soliden Handball und eine stabile Deckung, guten Angriff und eine starke Mannschaft. Wie siehst du das du? Ähnlich wie der Krems oder kannst du noch was ergänzen? Ja, wir zwei haben schon gegen sie gespielt und haben verloren beide. Also das zeigt schon, dass die Kremser wirklich stark sind und die sind, glaube ich, als Team vor allem richtig gut. Da passt die Chemie, wie ich finde und ja, sie sind richtig stark. Ja, vor allem, uns unterm Strich mit den österreichischen Vertretern auch weiter auf diese europäische Reise gehen zu dürfen. Eine andere Reise endet hingegen im Nationalteam für den 38-Jährigen Robert Weber, lieber Jakob. Du hast ihn auch in deiner Phase, wo du ins Nationalteam gekommen bist, näher kennenlernen dürfen, spielst ausgerechnet auch noch auf derselben Position. Was kannst du über die gemeinsame Zeit berichten und öffnet das jetzt den Weg für deine Stammposition? Ja, also die gemeinsame Zeit war wirklich cool. Also das muss ich ehrlich sagen, ihn da miterleben zu dürfen am Spielfeld, abseits. Er ist einfach ein richtig cooler Typ und so ein starker Handballer gewesen einfach, oder ist er noch immer. Und so eine Ikone und dass ich da mit ihm spielen durfte, auch bei der EM, das ist mir eine riesengroße Ehre. Und ja, also ich hoffe schon, dass mir das auch Türen öffnet, dass ich mehr Spielzeit bekomme und das Nationalteam da einfach noch mehr für mich wird. Und ja, genau. Dann kommen wir zu deiner Personalie. Du bist noch ein bisschen jünger, wartest auch noch auf einen Auftritt in der A-Nationalmannschaft, das mit Sicherheit auch noch kommen wird. Wirst du die Weber-Chef-Phase mitbekommen? Was geht in deinem Kopf vor, wenn du den Namen Robert Weber hörst? Naja, auf jeden Fall mal Kindheit. Also der Weber ist schon so lange auf der Platte, seitdem ich denken kann, seitdem ich überhaupt Handball schaue, das Nationalteam schaue. Robert Weber war immer fix gesetzt für mich rechts außen. Und da merkt man halt auch, was für eine Ikone er ist. Ich meine, ich bin mittlerweile 18 und habe ihn halt wirklich schon als Kind miterlebt und erlebt, wie gut er spielt, auch in der Deutschen Bundesliga, wie er damals war. Und es war schon unglaublich und einfach eine riesen Ikone für den österreichischen Handball. Robert Weber auch in der ewigen Bestenliste mit 228 Spielen im Nationalteam Zweiter, denn der Rekordhalter ist Ewald Hummenberger. Da haben wir auch ein Bild mitgebracht, damit wir auch zeigen können, wie er ausgesehen hat, hat die meiste Zeit seiner Karriere für Linz gespielt. Zwischenzeitlich war er in Deutschland im Einsatz. Heute ist er 57 Jahre alt und er hat sage und schreibe 246 Auftritte im Nationalteam. Und an dritter Stelle haben wir Paco Völzer. Da haben wir auch noch ein historisches Bild mitgebracht, wo er noch auf Torejagd gegangen ist für das Nationalteam. 218 Einsätze. Ihr kennst den Paco sicher auch ein bisschen besser. Du wahrscheinlich etwas näher durch die Zusammenarbeit auch im Nationalteam. Wie stolz macht er es auch, wenn man einen Sportdirektor hat, wo man weiß, der hat auch für das Nationalteam einiges geleistet und auch beigetragen bei Erfolgen? Ja, unglaublich stolz. Ich habe auch so in dem Paco einfach schon Sachen gefragt, wenn es was zu mir und meiner Karriere angeht. Und einfach, wenn ich nicht wusste, wie ich mit einer Situation umgehen soll. Also der hat wirklich so viel Ahnung und ich finde, das merkt man auch, wie er sich verhält, dass er einfach ein Spieler auf einem wirklich Top-Level war. Also, die ewigen Bestenliste wird von Robert Weber nicht angeführt. Er tritt im Alter von 38 Jahren zurück nach 228 Spielen im Nationalteam. Wie viele Spiele du bestreiten wirst, das werden wir vorerst noch sehen bei der U20. Europameisterschaft hat aber die U20 eben aufzeigen können, dass sie einiges zu leisten im Stande ist. Dieser sechste Platz hat euch was bedeutet und auch dir gebracht für deinen weiteren Werdegang? Ja, also es war unglaublich, also unglaubliche Gefühle auch dort vor Ort, war sicher eines der größten Sachen, die ich bis jetzt erlebt habe. Und das hat uns natürlich alles bedeutet. Wir haben die Gruppe gesehen, haben gesagt, es ist machbar, Top 8, unser Ziel. Dass wir es dann wirklich erreicht haben, ist natürlich das andere, aber es war natürlich auch Wahnsinn. Und dann ging es darum, um zu sagen, jedes Spiel gewinnen, jedes Spiel 100 Prozent, hoffen, dass der eine oder andere Sieg rausschaut und schauen, wie weit die Reise geht. Und für mich war es natürlich ein Riesensprung, weil ich halt extrem eine Entwicklung gemacht habe, glaube ich, dadurch. Du spielst gegen die Besten in deinem Jahrgang, spielst gegen Leute, die teilweise schon Champions League spielen, internationale Erfahrung haben. Und es war einfach umschreiblich und da sieht man auch die Klasse, die dann auch so eine EM hat. Und für viele ist das halt ein Sprungbrett. Das Wort Sprungbrett würde ich dir auch gleich mehr oder weniger servieren. Du bist im A-Nationalteam jetzt mit dabei, aber wie wichtig sind denn diese Zwischenstationen? Kann man das dann schon mit diesem Niveau auf A-Nationalteams-Ebene vergleichen? Wie viel fehlt dann vielleicht noch? Ich würde sagen, es ist schon noch was anderes, aber es ist extrem wichtig, da auch solche Ereignisse gespielt zu haben. Weil wenn du dann bei einer EM stehst, da muss es einfach funktionieren, da muss alles passen. Und da ist dann so viel mehr von außen, von Stimmung in der Halle. Du machst es selbst irrsinnig viel Stress. Ich glaube, da hilft das auch. Das ist einfach so ein Zwischending bis zu einem Ereignis vom Herr-Nationalteam. Und ich glaube, das ist perfekt so, dass man das hier in Österreich beim Jung-Nationalteam auch so erleben kann. Und ja, ich glaube, das hilft sehr. Ein österreichischer Handballer, der, glaube ich, in den letzten Jahren für massiv viel Vorraue gesorgt hat, ist dein eigener Bruder mit Konsti Möstler, der vor einigen Wochen die erste Niki-Trophäe erhalten als Handballer, als Aufsteiger des Jahres. Wir wissen ganz genau, dass er uns alle verzaubert hat zu Beginn des Jahres in Deutschland bei der WM. Wenn wir deinen Bruder heranziehen und mit dir vergleichen, wie ähnlich seid ihr euch? Und bist du so ein klassischer kleiner Bruder, der jetzt zum großen Bruder raufschaut und sagt, ich will einmal genauso werden? Willst du deinen eigenen Weg gehen? Wie sollen die nächsten Jahre ausschauen? Also, ob wir gleich sind, kann ich so nicht sagen. Ich höre manchmal, ja, das wird dein Bruder auch sagen, das wird er auch sagen, das hat er gesagt und sowas. Aber ich glaube, dass wir trotzdem relativ verschieden sind. Also der Konsti ist sein, würde ich jetzt sagen, klassischer Showman und hat immer ein Schmäh parat und ist immer lustig drauf. Und nicht oder wie? Ich sage nur nicht so extrem wie er, weil er halt einfach doch nochmal, sage ich jetzt glaube ich, drüber steht und alles. Aber natürlich, er ist ein Riesenvorbild für mich, natürlich, menschlich und haltbarisch gesehen. Trotzdem will ich irgendwo meinen eigenen Weg gehen. Erstens spiele ich nicht seine Position, natürlich. Aber andererseits will ich auch meine Ziele erreichen, die ich mir immer mal früher gestellt habe, die ich mir jetzt noch immer stelle. Und das kann mein Bruder nicht erreichen, das muss ich für mich erreichen. Und ja, größter Traum natürlich, mit ihm irgendwann in einer Mannschaft zu spielen oder vielleicht sogar im Nationalteam zusammenspielen. Wie realistisch ist das in deinen Augen, beide Mestl-Brüder an deiner Seite sozusagen zu haben? Und was zeichnet vielleicht den Konsti im vergangenen Jahr aus? Welchen Sprung hat er in deinen Augen auch gemacht? Also zu deiner ersten Frage, ich sehe das schon sehr realistisch. Also was du bei der U20 eben gemacht hast, war richtig stark. Du wirfst, glaube ich, in jedem zweiten Spiel die meisten Tore in der Liga. Das ist jetzt deine erste richtige High-La-Saison. Also das ist richtig gut, du bist auf einem richtig guten Weg. Und ich sehe die Chancen da nicht schlecht. Die zweite Frage, kannst du dich nochmal bitte wiederholen? Ja, wegen Konsti im Mestl, also wie er sich entwickelt hat im letzten Jahr, wie du das mitbekommen hast. Warum ist er jetzt so gut und warum steht er dort, wo er ist? Also ich habe gegen ihn gespielt, letztes Jahr in der Liga noch. Und ich sehe ihn jetzt in der ersten deutschen Liga und der hält und hält und hält. Und ich hätte gedacht, dass er sich schon gut einfindet in der ersten Liga, aber nicht so gut. Und vor allem, dass er teilweise mehr hält als in Österreich, das ist wirklich Wahnsinn. Und Hut ab, einfach weiter so. Und ja, da kannst du jetzt seinen Weg machen. Jetzt haben wir uns über zahlreiche Themen unterhalten. Die europäischen Auftritte, Robert Weber, der zurückgetreten ist. Dann dein Bruder, der in Deutschland momentan aufgeickt. Aber das aktuelle Liga-Geschehen wollen wir natürlich nicht aus den Augen verlieren. Er trefft ausgerechnet am 30.10. aufeinander. Wir heben uns das allerdings für den Schluss unserer Sendung auf. Denn andere Duelle warten auch noch. Mit Schwarz gegen Bregenz wird eröffnet. Seit Beginn wir bei dir vielleicht. Clemens, ein West-Durby. Ich glaube, die Favoritenrolle ist leicht vergeben. Andi Bregenzer. Wie siehst du das im Vorfeld? Ja, also laut Liga würde ich das auch so sagen. Aber von der Spielstärke würde ich auf jeden Fall eine komplett offene Partie erwarten. Weil beide Mannschaften einfach extrem gut harmonieren. Also Bregenz muss man halt fairerweise sagen, muss man herausheben. Oft den Markus Marder halt einfach die meisten Tore für die macht und die meisten Tore der Liga derzeit hat. Der sticht halt bei Bregenz heraus. Aber sie sind auch ein sehr gutes Team und die Schwarzer leben halt davon, dass sie eine sehr gute Deckung stellen und einen extrem guten Teamspirit haben mit Kombination Tormann-Deckung. Angriff läuft gut, der Ball. Philipp Peric natürlich am Flügel, extrem großer Faktor. Und ja, wird spannend. Eine spannende Angelegenheit. Eine weitere Info habe ich auch noch aus meinem Kästchen herausgekramt. Die Schwarzer haben drei Heimspiele gehabt, alle drei gewonnen. Wie schwierig ist es denn, in Schwarz zu bestehen? Eines der schwierigsten Heimspiele, würde ich sagen. Also wir haben letztes Jahr auch verloren. Wir spielen erst, das erste Spiel in der Rückrunde dort. Aber ich glaube, zu dem Duell jetzt, das kommt, hat Schwarz da letztes Jahr die zwei Spiele eigentlich klar gewonnen. Oder eins auf jeden Fall klar gewonnen und eins unentschieden, wenn mich da alles täuscht. Und ja, ich glaube, Schwarz, wenn die zu dem, wie du schon gesagt hast, Team-Spirit finden, können die wirklich jeden schlagen. Also ich glaube, es hat bei ihnen am Anfang ein bisschen gedauert. Aber ich glaube, die werden immer besser und besser. Und ja, in Schwarz ist es auf jeden Fall ganz, ganz schwer. Das West-Darby, also eine spannende Angelegenheit, genauso wie Hart gegen Bette Füchse. Ich glaube, das Team, was jeder vor der Saison mehr oder weniger favorisiert hat auf den Meistertitel, muss zum Tabellenführer. Wie schwierig könnte diese Angelegenheit werden? Ja, unglaublich schwierig. Also Hart ist immer Favorit auf den Meistertitel, haben immer ein sehr starkes Team, ein sehr konstantes Team, ein sehr routiniertes Team vor allem. Und die Bette Füchse sind vor allem letztes Jahr extrem aufgestiegen. Auf einmal dritter, glaube ich, nach dem Grunddurchgang letztes Jahr gewesen. Spielen extrem attraktiven, schnellen Handball. Und ja, mal schauen. Ich glaube, dass ein paar Ausfälle bei den Bette Füchsen ihnen schmerzen wird. Aber grundsätzlich ist da alles zu erwarten und schauen, wie das spielen wird. Und es wird sicher spannend auch. Irrtümlicherweise habe ich gesagt, dass Hart auswärts ran muss. Hart spielt zu Hause. Ihr habt die Bette Füchse als letzten Gegner gegenüberstehen gehabt. Eine knappe Niederlage ausgefasst. Jetzt hat er auch schon angesprochen, der ein oder andere Ausfall wie Raul Santos, der die gesamte Saison nicht mehr zur Verfügung steht. Wovon lebt denn das Spiel der Bette Füchse in deinen Augen? Ja, die Füchse haben eine irrsinnige, individuelle Klasse. Extrem gute Einzelspieler. Und ich würde auch sagen, Team Spirit ist bei denen extrem stark. Wir haben das an eigener Hand miterleben müssen. Wir haben verloren. Und die hatten da schon Ausfälle. Und ein, zwei Spieler waren auch noch krank. Das heißt, sie waren sehr ersatzgeschwächt. Und wir haben das Spiel dann dort verloren, weil die einfach mit der ersten Aufstellung so stark und so, ich weiß nicht, präsent irgendwie waren. Das war dann für uns wirklich, wirklich schwer. Und ich glaube, das zeichnet die Füchse jetzt gerade am meisten aus. Eine spannende Angelegenheit auf jeden Fall in Hart, wo die Bette Füchse als Tabellenführer zu Gast sein werden. Graz gegen Bernbach, Steirer-Tabby. Ich glaube, da gibt es nur eine Einstellung als Spieler. Ihr werdet das nämlich selber dann auch im Wiener Tabby spüren. Verlieren verboten nehme ich mal an. Ja, also, Tabys sind immer was Persönliches. Also, da gibt man immer 110 Prozent. Also, da gibt es nicht Halbgas, da gibt es immer Vollgas. Und wenn man verliert, weiß man halt, man ist nur die Nummer zwei in seinem Bundesland. Und das will man halt nicht sein. Und deswegen wird das einfach, das hat immer seine eigenen Gesetze. Das kann von bis sein. Bevor wir auf diesen Wiener Vergleich zu sprechen kommen, wer hat denn da die Nase vorne aktuell? Graz aufgrund der tabellarischen Konstellation oder der Bernbach, weil sie vielleicht eine Legionärstruppe haben, die mehr leisten kann, als man momentan sieht? Ich glaube doch wahrscheinlich, HSG Graz hat die Nase ein bisschen vorne. Wir haben auch schon gegen die Mannschaften gespielt und die spielen einfach, finde ich, solider noch. Und haben einfach mit dem neuen Trainer, das hat ihnen, glaube ich, gut getan, jetzt eine irrsinnig gute Stimmung, was ich auch erfahren habe von Spielern. Aber es wird auf jeden Fall spannend werden. Und ja, es ist Derby und da gibt es einfach andere Gesetze und da kann jeder gewinnen. Eigene Gesetze gibt es auch im Duell zwischen Linz und Ferlach, wo man vielleicht auch nicht wirklich weiß, wie es ausgehen kann. Ich habe zuletzt einen ersten Sieg gegen Linz gefeiert. Ferlach ist auch immer so eine unberechenbare Mannschaft. Wo siehst du da die Chancen für die jeweiligen Teams? Ja, also da würde ich schon eher Linz favorisieren, weil sie einfach, glaube ich, die konstanteren Spieler haben und einfach sehr individuell einfach sehr stark sind und ein sehr gutes Gefüge, vor allem Dreieck haben mit Bachmann, Fisoletto, Stojanovic. Das ist eine sehr gute Achse. Aber Ferlach darf man nicht nur das schätzen. Ferlach, wie du es gesagt hast, ist immer unberechenbar, kann auf einmal spielen, als wären sie die besten Handballer der Welt, können aber auch ziemlich schwach spielen. Also es ist immer, sage ich jetzt mal, Würfelbocker, so ein bisschen Glückssache. Von diesem etwas ungleichen oder unberechenbaren Duell kommen wir zum nächsten Derby auf niederösterreichischer Landesebene. Jaxx gegen Krems, ich glaube zwei Teams, die sich oben jetzt einmal festgesetzt etabliert haben, unter Anführungsstrichen die Jaxx, aber eher überrascht haben. Wo siehst du da vielleicht Chancen für den Underdog, der zu Hause antreten darf? Auch ein Derby, das wird ein extrem geiler Spieltag und ja, wie wir vorhin schon angesprochen haben, ist halt den Krems extrem stark drauf. Die sind eingespielt, haben wir beide schon erlebt. Auch für Slough ist es aber richtig gut. Ich glaube, dass er den Krems aber doch ein bisschen die Nase vorne hat, weil sie einfach als Team schon so funktionieren, da passt einfach alles zusammen. Und wird aber auch ein sehr, sehr cooles Spiel für die Fans, glaube ich. Und da kann sich jeder drauf freuen. Wunderbar, dann bleiben wir uns noch ein paar Minuten übrig für euer persönliches Duell. Am 30.10. wird dem Jüngeren sozusagen den Vorzug lassen. Jetzt haben wir ein bisschen länger warten müssen, um wieder ein Wiener Derby sehen zu dürfen. Auf höchster österreichischer Ebene. Wie groß ist denn die Vorfreude? Und was sieht man vielleicht jetzt schon an möglichen Mitteln, um gegen die Feibers anzukommen? Also Derby ist was ganz Besonderes. Also vor allem auch in der HLA ist es immer was Besonderes. Und es haben noch nicht viele bei uns gespielt, nur die, die halt auch schon vor zwei Jahren dabei waren. Ich sage mein erstes, bin irrsinnig motiviert, bin sehr gespannt, weil von draußen sieht das oft sehr leicht aus, wie man da so durch die Deckung durchgehen kann, wie man die fallen kann und so. Aber das dann an eigenem Leib zu erleben, würde ich sagen, ist was ganz Besonderes. Und ich bin sehr gespannt. Und ja, Feibers ist auf jeden Fall kein schlechtes Team und wir müssen alles reinhaben, dass wir eine Chance haben. Bevor die Liga pausiert hat, hatten die Westwiener ausgerechnet diesen ersten Sieg jetzt in der Meisterschaft gelandet. Ausgerechnet zum ungünstigsten Zeitpunkt, um dann gestärkt ins Wiener Derby reinzugehen. Oder glaubt ihr, dass ihr die Oberhand behalten könnt? Ich glaube, das war eine Frage der Zeit, bis der erste Sieg kommt. Es weiß jeder, dass Westwien mit der unorthodoxen Abwehr und einfach mit dem Team Spirit und Kampf da sehr viel erreichen kann. Wie du schon gesagt hast, es ist für viele das erste Derby. Ich glaube, das wird uns auch helfen. Wir haben da einfach eine extreme Routine. Ich habe noch vor zwei Jahren die Derby spielen können. Und ich freue mich einfach. Mehr kann ich nicht sagen. Die Stimmung dort, die Emotionen, die Fans in der Stadthalle, wenn es so zusammengekesselt ist alles. Du läufst eigentlich neben den Fans. Das wird richtig cool werden. Und ja, natürlich will ich da einen Sieg. Und ja, wir werden uns sehr gut vorbereiten. Und es wird ein wirklich cooles Spiel werden. Ich freue mich. Wie sieht da bei euch die Vorbereitung aus? Die Feibers sind am Wochenende noch im europäischen Einsatz. Sie haben jetzt quasi eine reine Trainingswoche. Oder gibt es da irgendwelche Testspiele oder Dinge, die man vielleicht wissen sollte? Nein, also wir haben eine reine Trainingswoche. Ich glaube, Spiele hat man unter der Saison vor allem genug. Reine Trainingswoche. Vorbereiten auf die Feibers. Und motivierter denn je in dieses Spiel gehen. Jetzt haben wir diesen europäischen Antritt angesprochen. Inwiefern spielt der euch in die Karten? Oder hindert der vielleicht auch ein bisschen auf die Vorbereitung, was Westin betrifft? Also ich glaube, es liegt immer an dem Team selbst, wie es diese Situation nutzt. Es kann auch schwierig sein, wenn man kein Spiel hat davor. Ich glaube, du musst es einfach selbst gut nutzen als Team. Für uns war das erste Spiel schon mal richtig cool zu sehen. Und dann auch erstens die Stimmung von einem Derby. Die Fans dort in Athen waren wirklich cool. Und dass wir mit so einem Top-Team mitspielen können über 47 Minuten lang, das zeigt einiges. Jetzt in der Hallgasse wollen wir natürlich da das Spiel noch gewinnen und vielleicht sogar drehen. Und wenn wir so reingehen, dann kann uns das auf jeden Fall nach vorne pushen. Das ist das Ziel. Dann freuen wir uns auf jeden Fall auf eine spannende Trainingswoche, auf ein hoffentlich erfolgreiches Ergebnis im europäischen Einsatz. Und am 30.10. geht es dann rund in der Wiener Stadthalle. Besten Dank für den Besuch, lieber Clemens und Jakob. Das war Handball, das Magazin für diese Woche. Für Sie nochmal der Hinweis. 30.10. ab 19.25 Uhr Wiener Derby aus der Wiener Stadthalle Westwien gegen die Fivers. Und bereits am nächsten Montag nehmen die beiden Coaches hier an meiner Seite Platz Roland Maroschek und Peter Eckel werden uns dann gebührend einstimmen auf das bevorstehende Duell. Bis zum nächsten Mal.